Ah, ich fahre hier über die nassen Straßen von... Ja, da habe ich wenigstens eine Herausforderung. Ja, siebter zu werden. Ah ne, du bist ja fünfter immerhin. Achso, ne? Gut, also wie immer. Ich war doch gerade letzter. Achso, ja stimmt. Du warst ja immer fünft und letzter. Und jetzt rammt er hoch. Juhu! Bist du jetzt schon im Spiel? Und mit diesen einleitenden Worten von unserem Schnupe, herzlich willkommen bei Knalltüten Gaming und The Crew 2. Wie ihr schon mitgeregt habt, spiele ich natürlich wieder mit dem Schnupe zusammen. Und wir probieren jetzt aus, ob man das Rennen, was wir gerade schon gefahren sind, ohne Aufnahme, nochmal fahren kann. Also wir probieren einfach mal Y-Lange zu drücken. Äh. Da geht bei mir das Radio an. Bei mir irgendwie auch. Fotomodus. Warte mal, ich drück mal Y auf der Tastatur. Ja, die müssen ein anderes Y haben. Warte, nee, X. War es X? Warte, ich drück mal X. Okay, knapp war es. Wir haben die nämlich geschrieben, einfach lange drücken und schon fängst du von vorne an. Äh, okay, ich bin gut. Ich habe mir auch gesagt, wie lange? Ne. Äh, Stunde oder so. Also ich drück jetzt halt alles wahllos, oder? Warte, man, hier war länger. Na gut, na gut, ich gehe, ich gehe. Genau, ich gehe auf die Karte und schickst mir einfach eine Einladung. Das finden wir noch raus. Wenn irgendjemand sinnvolle Tipps hat, dann bitte unten in den Kommentaren. Da können auch solche Trottel, wie wir, solche Knalltüten, das auch mal verstehen, wie das geht. So, ich schalte den ganzen Verkehr auf. Die Autos verschwinden alle, wie so im Bücherwald. Okay, ich stehe da vor. Der Strip war es, oder? Ja, genau, der Strip, ja. Warte, ich nehme, jetzt nehme ich an. Hopp. Oh. Angenommen, du nimmst es an. Dann nehme ich es an. Jetzt ist mein Bildschirm schwarz. Ich teleportiere gerade zu dir. Und bin auf der Fahrtroute zu dir. Oh. Warte, ich fahre erst mal langsam durch die Tiefgarage. So, jetzt fahre ich schnell durch die Tiefgarage. Au, warte, du warst nicht so übermerken. Übermerken, du stellst es irgendwo wilder rum. Und was geht's? Es geht auch gar nicht los. Achso, ich habe Renntempo. So, ich stehe am Start. Nur, ich habe dich gehört. Drei, zwei, eins. Behalte. Trost, neues Jahr. Und was geht's? No. Ey, geh weg. Also nicht du, der andere. Au, ja du auch. Ey, du klebst mir hinten am Heck. Jetzt nicht mehr. Jetzt hecke ich am Kleber. Achso. Weg vom Heck. So, warte mal. Hier müssen wir irgendwie abbiegen. Ja, genau, hier war das. So, hier rum. Oh, da links. Next. Kontrollpunkt. Oh, gut getriftet. Gibt's Riftpunkte? Oh, nehmen wir. Es scheint es gerade mal geregnet zu haben, weil es alles nass. Oh. So. Uh. Oh, du bist der Zweite. Hast du heimlich geübt? Ähm. Ne, die anderen. Die anderen sind ja schlecht heute. Achso, die stehen ja Tag. Okay. Briefkästen habe ich dir wieder in den Weg geleitet. Wollte ich gerade sagen. Auf den Weg gelegt. Oh, jetzt bin ich am Betonpfahler hingeblieben. Ah. Oh. Hm. Sehr schön. Immerhin letzter. Ja, toll. Vom zweiten auf den letzten. Sehr schön. Ah. Ich fahre hier über die nassen Straßen von... Ja, da habe ich wenigstens eine Herausforderung. Ja. Siebter zu werden. Ah ne, du bist ja fünfter immerhin. Achso. Ja. Gut, als wie immer. Ich war doch gerade letzter. Achso, ja stimmt. Du warst ja immer fünfter und letzter. Und jetzt Rampe hoch. Juhu. Glatt sieben Sekunden vorm zweiten. Schöpfer, 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 au. Ich hänge mit eben, wir hängen zu dritt fest. Hä? Ja, deswegen haben die mich nicht überholt. Wir haben jetzt alle drei an eben Pfosten gehangen. Das ist ja richtig noch voll Pfosten. Oh Gott. Oh scheiße, bin ich gegen Betonwand gekracht. Und gegen ein parkendes Auto. Sehr schön. Komisch, gerade eben hatte ich nur sieben Sekunden Vorsprung. Jetzt habe ich einen Unfall gemacht. Habe ich nur neun Sekunden Vorsprung. Jetzt sind es wieder sechs. Ja. Ja. Mit dem Müllkübel auch an Kurve 9. Wieso stehen eigentlich die ganzen Dinger wieder da? Die Absperrung? Ja, habe ich aber auch gerade gefragt. Ich bin uns wie immer umgefahren. Du bist doch schon durch. Das war ja, man hat schon. Das ist wahrscheinlich der Azubi, der hat mich da hingestellt. Achso. Genau, wie mit dem Mülltonnen. Die habe ich gerade schon mal umgefahren. Die Q2 Azubi. Ja. So. Und jetzt ist immer noch nass. Und jetzt ist es schnell. Und es wird heiß in der Kurve. Boah. Oh. Wie geht es da rum? Oh, jetzt kann sie gerillen, was auf der Straße liegt. Oh, ich wollte gerade noch eine Bushaltestelle dazu legen. Aber ich habe sie nicht getroffen. So. Ich habe meinen Eisladen getroffen. Wenn sie noch mal vorbeikommen, soll sie. Das machst du ja nicht. Nö, nö, nö. Ich gebe dir nur 23 Sekunden. Okay. Erstmal fährt Ramon hier vorbei. Jetzt kommt Amy. Dahinter direkt Wayne. Wayne interessiert es. Und jetzt. Als nächstes wärst du ja. Oh, ich bin falsch abgeboren. Ach, du bist da hinten bist du. Gott sei Dank habe ich das auf Live-Bild. Hä? Warst du das nicht? Strecke verlassen. Hä? Ich bin völlig falsch. Die anderen fahren aber genauso. Hä? Die wollen wir alle hinterher. Was für ein kurioses Rennen. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder voll. Die Crew 2. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltitel folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.